Damit so temperaturkritische Waren wie knelzende Schokolade oder frischer Fisch gesund und voller Geschmack in den Markt gelangen, braucht es zuverlässige Partner, auf deren Kompetenz und Erfahrung man sich verlassen kann. Uhlhorn und Celsineo sind solche Partner. Als Traditionsunternehmen mit rund 150 Jahren Erfahrung, 420 eigenen und 800 disponierten Fahrzeugen, hält Uhlhorn den Handel in Bewegung. Eine Spezialität ist die Königsklasse der Logistik. Frischware mit komplexen Kühlketten und Termindruck auf langen Strecken. Daily Business für die 850 Mitarbeiter von Uhlhorn. Seit gut einem Jahr haben wir den Celsineo im Testeinsatz. Wir sind bisher sehr zufrieden. Die Bedienbarkeit ist einfach, die Verlässlichkeit ist groß, sodass wir ruhig schlafen können und der Kunde 100% zufrieden ist. Eine der Besonderheiten dieses Systems ist der vollautomatische Abtau-Prozess, während die Kühlung gleichzeitig fortgesetzt wird. Dadurch bleibt die Temperatur im Laderaum immer sehr konstant. Bevor wir das Aggregat hatten, haben wir einen sogenannten Backup-Trailer gehabt. Falls die Kühlung mal ausfällt, dass wir schnell reagieren können auf der Strecke Hamburg-Berlin. Das ist komplett weggefallen durch den Celsineo-Trailer, weil durch die Modularität, diese drei Module, die dort sind, es ist bisher noch nie eins ausgefallen. Aber wenn eins ausfallen würde, hätten wir immer noch zwei, die weiterkühlen. Und das war für uns der absolute Fürsprecher für das Celsineo-Produkt, mit dem wir absolut zufrieden sind und bisher noch nie irgendeinen Ausfall hatten. Das ist, ich würde sagen, schon ein Game-Changer, weil wir ein komplett neues Produkt haben mit einem wirklichen Mehrwert. Aber nicht nur in extremen Situationen sorgt Celsineo für Sicherheit. Auch im Regelfall hat das System kaum Temperaturspitzen und überzeugt durch die erstklassige Qualität der ihm anvertrauten Ladung. Ich als Fahrer bin sehr zufrieden mit der Celsineo, weil sie sich einfach bedienen lässt, sehr überschaubar ist. Absolut. Es ist wie so ein Smartphone, kann man sich das vorstellen. Und da kann mittlerweile ja eigentlich jeder mit umgehen. Es ist ein Farbdisplay und absolut toll bedienbar. Wir haben damals eine kurze Einführung bekommen von den Mitarbeitern der Firma Liebherr und innerhalb von ein paar Minuten war es wirklich total einfach zu bedienen. Ich könnte mir kein anderes Gerät mehr vorstellen. Das ist ein absoluter Vorteil des Produktes. Die Kombination zwischen Krone und Celsineo hat uns total gut gefallen, weil es auch eine unheimlich tolle Zusammenarbeit mit der Firma Krone und mit der Firma Liebherr Celsineo war, die sehr eng zusammengearbeitet haben. Von daher absolutes Kompliment, war eine tolle Abstimmung. Auch der Service mit den Werkstätten, die uns genannt worden sind, hat wunderbar funktioniert. Kurze Wege, schnelle Entscheidung, also ein ganz tolles Produkt. Ich bin auf transparen Lukas Jesús. Ich bin aufbietsend. Vielen Dank.